Hallo Kackbratzen! Als Sega damals, in der guten alten Zeit, ihre Saturn mitsamt dem 3D-Prügler Virtua Fighter auf den Markt brachte, benötigte Sony selbstverständlich einen Titel, der der klotzigen Krücke auf der Saturn das Wasser abgraben könnte. 5, 1, ready, go! Sicherlich war dieses 3D-Dings ja ganz nett, aber die scharfkantigen Polygone fügten der Netzhaut einige Schnittwunden zu. Und man musste zum Glück auch gar nicht mal so lange suchen, denn dank dem Entwickler Tamsoft hatte man nicht nur einen Prügler, der ebenfalls mit einer 3D-Welt daherkam. Für die damalige Zeit gab es obendrauf noch die beste Grafik, die wir damals je auf einem Telespielsystem gesehen haben. Zudem war dieses Spiel der erste Prügler, der den praktischen Sidestep und eine Sprungrolle einfügte. Ein essentielles Feature für alle 3D-Spiele in diesem Genre und es war wohl auch der erste 3D-Prügler mit Waffen. Wir sprechen natürlich über kein anderes Spiel als Battle Area Toshinden, das wohl beste Kampfspiel aller Zeiten, das formidabel den Bach runtergegangen ist. Es hat damals sogar das heute allseits beliebte Tekken Staub schlucken lassen, denn wie gesagt, allein die Grafik war schon... Wegen der Fairness muss ich wohl erwähnen, dass das Spiel später auch für das Sega Saturn portiert wurde und falls ich mich recht erinnern kann, dann gab es auch irgendwie eine Version für den PC und lustigerweise auch für den Game Boy. Wobei Toshinden den meisten Staub wohl auf der PS1 aufwirbelte. Aber wenn das Spiel damals so unglaublich für Furore sorgte, warum ist die Serie dann eigentlich verschwunden? Die Antwort ist im Prinzip ganz einfach und mag vielleicht für viele ein großer Schock sein. Toshinden war kein gutes Spiel. Soweit ich mich erinnere gab es zwar eine Story, aber die rückte im Spiel komplett in den Hintergrund. Im Prinzip dreht sich alles um das Toshindai Bukai, das ultimative Turnier, das einmal im Jahr von der mysteriösen Organisation Himitsu Kessa veranstaltet wird. Hier versammeln sich Jahr für Jahr die größten Kämpfer der Welt, um ihre Fähigkeiten gegeneinander zu messen. Dieses Turnier ist kein bloßer Wettbewerb. Auf den Gewinner wartet irgendeine Belohnung von vermutlich unvorstellbarem Wert und der Verlierer darf sich auf den süßen Tod freuen. Die zentrale Figur des Spiels nennt sich Ai-Gi und ist ein junger japanischer Schwertkämpfer mit leicht weiblichen Zügen, der nach seinem lange verschollenen Bruder Sho sucht. Er ist der 0815 Hauptcharakter wie ein Ryu in Street Fighter oder Jin aus Tekken. Einige von euch werden dann vielleicht noch mit dem leicht schwurfigen Ritter Duke gezockt haben, oder mit dem ollen Faux, oder vielleicht noch die Tänzerin Alice. Vielleicht. Denn mit absoluter Sicherheit war die gute Russin Sophia eure Favoritin. Ihr könnt es gerne ruhig zugeben. Wir sind ja unter uns. Die gute Dame leidet angeblich nicht nur unter Gedächtnisverlust, sondern auch an einem sehr extravaganten Geschmack, was den Kleidungsstil angeht. Und damit meine ich den brennend scharfen Latex-Body, der ihre zweimächtigen Möpse gerade noch so im Zaum halten konnte und untenrum so eng durch die Mieze-Katze geschnürt wurde, dass der Body für einen nordsmäßigen Camel-Tow sorgte. Guti, wo waren wir? Ach ja, irgendwas mit Prügler. Da Toshin denn nun eines der ersten 3D-Prügler war, war das Gameplay insgesamt noch etwas roh. Damals hat man das ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen. Den DualShock-Controller mit den zwei großen Analog-Nupses gab es damals auch noch nicht und so blieb uns nichts anderes übrig, als uns auf dem digitalen Steuerkreuz die Finger wund zu drücken. Es ist nur manchmal seltsam, wie sehr die Zeit Dinge verändern kann. Denn soweit ich mich erinnern kann, hatte ich damals doch sehr viel Spaß mit dem Titel. Ich war vielleicht nicht besonders gut und meine Strategie bestand in erster Linie darin, den Seitenschritt bis in alle Unendlichkeit auszuführen, um den Attacken des Gegners auszuweichen, aber heute? Toshin denn ist so gut gealtert wie Milch. Rein oberflächlich gesehen sehen die Animationen ziemlich flott aus, aber sobald man selbst den Controller in die Hand nimmt, wird man feststellen, wie unglaublich langsam das Kampfdempo im Vergleich zu seinen Kontrahenten ist. Es wirkt um einiges schwerfälliger als ein Virtua Fighter, wobei das vielleicht einige als Vorteil sehen. Das Hüpfen und Zuschlagen sollte im Prinzip kein großes Problem sein. Allerdings verfügt jede Spielfigur über Spezialattacken und leider hat man es dem Spiel verpasst ein Ingame-Handbuch zu verpassen, womit man mal ganz schnell einen Blick auf die Kombos werfen kann. Das klingt auf dem Papier vielleicht ganz gut, aber in der Praxis sieht die Sache leider anders aus. Aufgrund der Sprungrolle, die die KI schon auf Dauerfeuer gelegt hat, ist es schon etwas schwierig überhaupt einen Treffer zu landen. Das Problem ist auch, dass man die Distanz zum Gegner auch relativ kurz halten sollte. Das Tolle an den Seitensprung ist auch, dass die KI währenddessen keinen Schaden nimmt. Abgesehen davon, dass es ohnehin schon nicht leicht ist einen Treffer zu landen und der Folgetreffer mehr so aus Zufall gelingt, gibt es einige KI-Gegner, die richtige Arschlöcher sind. Bestimmte Krieger wie Cain, IG, Mondo oder Duke verfügen über eine Reihe verheerender Angriffe, die einem fast ein Drittel seiner Energie rauben. Und weil die KI keine Probleme mit der klobigen Eingabe der Kombos hat, wird man manchmal mit dem schönsten Kombo Trommelfeuer die Koteletten poliert bekommen, bis kein Gras mehr wächst. Man kann natürlich auch selbst zu fiesen Tricks greifen. So hält man entweder die Distanz zum Gegner, schleicht sich seitlich weg oder besser. Man versucht irgendwie den Gegner aus dem Ring zu werfen. Das war auch so eine Neuerung, die Tushin denn mit sich brachte. Das klingt vielleicht nicht fair, aber wenn die KI teilweise zu unfassbar unfairen Methoden greift, dann ist ein geschummelter Sieg, indem man seinen Gegner einfach in den Abgrund fallen lässt, nur recht und billig. Vielleicht lag es aber wirklich nur daran, dass ich sehr sehr schlecht in dem Spiel war. Etwas besser sind und waren Kämpfe gegen einen echten Kontrahenten. Dafür wurden diese Prügler ja geschaffen. Man hämmert in die Tasten ein und erniedrigt seinen Gegner, der irgendwie versucht mit schönen Kombos irgendeinen Blumentopf zu gewinnen. Schöne Kombos sind Pille-Palle. Der schnellere Finger gewinnt. Zum Glück müssen für jeden Charakter nur wenige Manöver erlernt werden, obwohl jeder seine eigenen kleinen Macken hat. Alice ist beispielsweise schneller und flinker und nutzt eine größere Vielfalt an Angriffen aus unterschiedlichen Höhen, während Mondos Speer eine gigantische Reichweite hat, was ihm zu einem richtigen Arschloch macht. Darüber hinaus hat jeder Charakter seinen eigenen spezifischen Wurf, aber im Allgemeinen hatte ich Schwierigkeiten diesen auszuführen, weil die Gegner in der Regel immer wegrollen. Und ein jeder Charakter hat angeblich noch einen geheimen Angriff, der verheerende Folgen haben kann, aber eine komplizierte Eingabekette erfordert, was absolut nichts für meine Finger ist. Darüber hinaus ist jeder Charakter mit einer Art Verzweiflungsangriff ausgestattet, der nur verfügbar ist, wenn die Energienzeige beinahe aufgebraucht wird und dann zu blinken beginnt. In der Regel macht Toshinden aber trotzdem Spaß, auch wenn das Gameplay insgesamt viel langsamer wirkt als bei seinen Mitstreitern. Denn auch wenn Toshinden viel moderner ist, wirkt es furchtbar schwer und archaisch. Und dasselbe gilt auch für die Grafik, zumindest aus heutiger Sicht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Erinnerung einem einen Streich spielen kann. Toshinden war damals wirklich eine Wucht. Ich will nicht sagen, dass das Spiel hässlich ist, aber jetzt gut nach knapp 30 Jahren hat Toshinden sehr viel von seinem Glanz verloren. Die Animationen sind steifer als der Body der russischen Sadomaso-Tuse und wirken auch etwas holprig. Die Charaktermodelle wirken jetzt nicht ganz so, als seien sie ganz grob aus einem Stück Holz geschnitzt worden, wie etwa in einem Virtua Fighter. Aber gerade wenn man sich die Arme mal so anschaut, dann kriegt man doch eine kleine Schuppenflechte auf der Netzhaut. Die Texturen sind sehr körnig und selbst wenn man sich im Auswahlmenü der Charaktere sich die Profile der Kämpfer so anschaut, dann könnte man beinahe das Gefühl bekommen, dass es sich bei Toshinden gerade noch so um einen Titel für das Super Nintendo handelt. Aber auf der anderen Seite soll man dann auch nicht so hart ins Gericht gehen. Erstens war es einer der wenigen verfügbaren Starttitel der PS1 und zweitens war die Qualität damals gefühlt um einiges besser. Der Soundtrack ist jetzt auch nicht so schlecht, als dass man sich übergeben müsste. Der ist teilweise sogar richtig gut. Allerdings kommt mir die Musik manchmal nicht so vor, als würde sie in einen Prügler passen. Gleichermaßen könnte man manche Titel auch in ein Hello Kitty packen und es würde überhaupt nicht auffallen. Aber gleichzeitig ist das auch wieder passend, was Toshinden betrifft. Es ist austauschbar. Ich kann ja verstehen, dass das Spiel einige Hardcore-Fans hat. Aber selbst wenn man sich die Kämpfer anschaut, dann hat man den typischen Ritter, den alten Sack, den fetten Sack, eine hüpfende Tuse, eine Lack- und Ledertuse und den typischen Jungspund. Es fehlt das Außergewöhnliche, das uns etwa ein Streetfighter geboten hat. Und auch jedes Szenario, das ein jeder Charakter mit sich bringt, wirkt langweilig und teilweise farblos. Ich weiß ja auch nicht, woran es liegt, dass Toshinden so sehr im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht lag es an der sehr gut gemachten Marketing-Kampagne. Die Werbespots waren damals ohnehin besser und nichts im Vergleich zu dem weichgespülten Schmonzes von heute. Und vermutlich lag es auch an der Austauschbarkeit, dass die Toshinden-Reihe nicht wirklich großen Erfolg feiern konnte. Es war vielleicht der erste 3D-Prügler mit Waffen. Aber danach kamen so viele weitere Spiele, wie eben auch ein Soulblade aus dem Hause Nemco, die alles um ein Vielfaches besser gemacht haben. Selbst die Grafik. Battle Arena Toshinden hat mit Sicherheit einen festen Platz in der Sammlung und in unseren Herzen verdient. Also mehr der erste Teil und nicht die langweiligeren Nachfolger. Aber so wirklich sticht der Titel aus dem durchschnittlichen Mittelfeld nicht heraus. Es gibt ja nicht mal ein tolles Intro und die größte Enttäuschung ist wohl der Abspann. Da hat man sich durch das Spiel gekämpft und seine Bratzen wund geklopft und dann gibt es nicht mal ein Filmchen. Toshinden ist ein Ding, das man auch besser zu zweit auf der Couch spielt und nicht gegen die KI, da einem sonst nur die Tränen kommen. Sollte euch das Spiel auf irgendeine Weise über den Weg laufen, dann könnt ihr aus rein nostalgischen Gründen zugreifen. Solltet ihr aber ein Spiel suchen, das rein vom Gameplay, der Grafik und eigentlich auch was den Rest betrifft alles viel 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 besser macht, dann solltet ihr euch Soulblade holen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Und das soll's für heute weiterhenden roast. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017